Das ist der Casual. Okay. Chilo, meine Damen und Herren. Hängt ja auch bei manchen Missionen rum, weil sie einfach nicht funktionieren? Yes, me too. Ich komme zum Beispiel ums Verrecken nicht in dieses Basalt-Spiel rein, in dem man x Runden gewinnen muss. Es funktioniert nicht. Ich kann 7, 8, 9 Minuten reinsuchen. Nichts passiert. Ja, das geht super. Muss ich zwingend Ranked spielen? Nee, muss ich nicht, oder? Weil ich habe Unranked eingestellt. Dann fliegt es vielleicht an mir. Gucken wir halt mal. Hau auf, ich schiesse. Oh, mit Randoms. Ich habe seit Monaten jetzt sicher mit Randoms gespielt. Oh Gott, ich hoffe so, dass wir gewinnen. Wir gewinnen bestimmt nicht. Mein Missionsglück. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe ewig nicht mehr mit Tödeln gespielt. Das heißt immer nur mit euch. In den Livestreams. Hallo, Team. Hallo. Fuck, ich habe mein Voice gar nicht eingestellt. Hallo, hallo. Gut, die Voice ist wieder eingestellt. Shit, Mann. Ich hoffe einfach, dass wir gewinnen. Das wäre so nice, bitte. Oh Gott, beide schon down. Irgendwie ist das... Oh Mann. Das wird jetzt einfach wahrscheinlich mein Downrank. Okay, I'm coming. Oh, one mid, one still mid. Von hinten gepimmelt worden. Aber der eine hat gerade richtig, richtig fett die Runde geholt hier. Liquified oder, ne? Nice try. Fuck! Alter, 21 Runden in dem Scheiß. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Sie ist bei der Gendarmerie. Okay. Die reißt uns einfach zu Null ein. Flash on A. 1, 2, 1 B on side. Ach, die Kacke. Ich meine, das ist von den Mates her ultra nice. Die sind cool drauf. Aber ey, wir werden ja komplett platt gemacht. Ich brauche 21 Runden, Alter. Ich, ich, ich glaube, ich hole nochmal A. Ey, ich muss, glaube ich, auf B gehen. Irgendwie läuft es da überhaupt nicht da drüben. Die kommen jedes Mal irgendwie ein, zwei Mitte und der Rest auf B. I'm going mid. I'm smoked. I think they're going B. Nice. Nice. I have a 21, ja! Das Messer. Danke. Der zieht uns richtig raus hier, der Kollege. Der hat eben nochmal schön gebrezelt. Okay, und jetzt einfach den Rest gewinnen. Throwing in St. Jerry. Throwing in St. Jerry. Feier in der Hole. Sehr schöner Akzent. Gefällt mir. Ah, shit. One in front of me. Der hat die doch bestimmt gesnackt, die Bombi, oder? Oh, er boiert da einfach. Oh, sorry. Wollte ich nicht. Oh, sorry. Wollte ich nicht. Ah, fuck. I missed. Down. Boom, Allah. Weg mit dir, du kleiner Krötel, Knödel, Köttel. Ähm, CT kann sein. Fällt mir gerade ein. He's not here. Careful behind. Okay. Ja, behind. Nice call. Es ist nur ein Short Game. Der ist ja noch bescheuerter, diese X-Runden zu holen. Was, der hat tausend Spiele dafür. Also rein Rechnerrecht. Streamst du? Dumm Bubler. Ey, im Moment nicht, ne? Was soll ich mal? Generell. Ja, also generell schon, ja. Dreimal die Woche. Okay, komm. Wenn wir jetzt durchgehen, Alter. Wenn wir jetzt gewinnen. Ich flippe. He's in front of me. Down. Nice. So blau. Sehr coole Jungs auf jeden Fall. Echt nice drauf. Bau den Stream an, los. Wann geht's morgen los? 18 Uhr, ne? Äh, genau. 18 Uhr, ja. Donnerstag 18 Uhr. So kann man sich die Zuschauer snacken. Oh man. Trotzdem fühle ich mich direkt ein bisschen schlecht, weil wir hier einen Polen ja dabei haben, der nicht versteht, was wir sagen. Push. I'm going to be. Nice. Alla, alla, gewinnen wir hier. Gewinnen wir hier. Ich hab immer noch P90. Ich wüsste ja, Profi und sowas. Na klaro. Lass man dann mit. Wär ich bei der P90 geblieben, wäre da reingegangen. Ist ja klar. Es ist aber gerade wirklich erstaunlich, wie gut das läuft. Also damit hab ich... Oh, okay. Nicht zu früh freuen, Bubbler. Nicht zu früh freuen. Nice. Ich hab eine Ack bekommen. Und sie trägt meinen Namen. Normale hier. Phantom. Wann sieht die ab? Hinter uns, behind. Ach, shit. Aber komm. Wir holen raus, was... Oh, 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 Bubbler ohne Kevlar. Wir holen raus, was geht ohne Kevlar. Ich versuche jetzt einfach nochmal mit dir irgendwas zu holen. One AWP down. Another one on mid. I think two on mid. Vielleicht kann Mambo die Runde noch holen, aber gegen drei mit einer MP wird, glaube ich, echt so gut wie unmöglich. Mitte, der hat dich gehört. Vorsicht. Komm, da kann man schon mal die Daumen nach oben geben. Das waren coole Jungs auf jeden Fall. Also dafür, dass ich jetzt monatelang nicht mehr hier gedingelt hab, hat sich das schon gelohnt eigentlich. Also da kann man sich nicht beschweren. Aber ich würde wirklich sehr, sehr gerne hier raufklicken und danach, äh, stopp, das hier eingeben können und dann auch was finden, nicht wahr? Was hat Woche 5 noch so zu bieten? Hm, hm. Warum macht man Danger Zone da rein? Arms Race, 30 Headshots, oder? 16 Headshots in a Single Match. Das soll ja doch eigentlich kein Problem sein. Das wird jetzt hier mal direkt ein bisschen locker gemacht, ne? Ey, wie? Ich komm mit ne Runde, die fast fertig ist. Dann flipp ich aber. Ah, ja, okay, das geht ja noch. Oh, jetzt ist mein Farbkreuz im Arsch. Leck mich doch. Das ging doch eben noch. Ich bin kurz rausgetappt. Dann hab ich direkt diesen Scheiß hier. Da kommen sie gerade rein, die Jungs. Das sind gerade die Follows von gerade eben. Liquified und Mambo. Stabile Brise. Grüße an euch. Ja, nein. Ey. Warum? Ich hab eben CSGO neu gestartet, ihr Affen. Was war das denn jetzt? Ah, jetzt krieg ich halt die Headshots nicht hin. So, ein Headshot ist drin, Alter. Ey, das ist so dumm. Ich kann es gerade nicht mit den Worten fassen. Das ist einfach mein Lack. Mein typisches Lack hier. Mann. So. Alter, Puls von 1000 hier gerade, ne? So, weg mit dir, du Lauchlappen. Na, also. Oh. Okay, okay. Ich muss jetzt gucken, dass ich ausschließlich, ey, Headshots mache, weil ich nicht weiß, wie viele Kills man überhaupt machen kann, bis es schon wieder fertig ist. Ich hab jetzt da mit der Ding einen verkackt, glaube ich, mit der, mit der Auto. Nein! Na, er steht auf. Ja! Hehe. Ins Gesicht. Oh, Mist. Ich, ich schieß einfach da rein, ohne großartig zu ziehen und kill einen, weil er low war. Na, ich glaub, die 16 Kills kann ich von der Zeit her vergessen, ne? Es hat mich einfach viel zu viel Zeit gekostet am Anfang. Mit den Snipes. Mit dem kaputten Scope. Ah, jo, der eine hat schon das Knife. Die gehen gar nicht auf die Headshots. Die haben wahrscheinlich längst die Mission gemacht, oder denen ist es scheißegal. Na, Allah. Drei Leute sind schon auf Knife, wann machen die immer fertig, hä? Ah. Wenn du vom Teufel sprichst. Also muss ich es nicht zwingend nochmal machen, danke. Ah, ich hab noch das hier. Äh, fünf, was war? Kill with one of your first. Ja, komm. Also, ich muss entweder x Kills noch fertig machen, oder ich versuch, fünfmal es zu schaffen, also in fünf verschiedenen Runden, dass ich mit meinen ersten fünf Bullets jemanden kill. Mit AWP natürlich easy. Mit der Diegel sollte das eigentlich auch gehen, oder? Übrigens, ein Schuss ist schon weg. Ja, zwei sind weg. Ja! Oh, da ist noch einer. Nö! Also, eins von fünf hab ich jetzt schon. Das ist halt saulangweilig, ne? Geh die an. Die Eierköpfe. Jetzt hab ich kein Cash, Alter. Ach so, halt! Ich muss da keinen Käffel haben. Das ist der Cash, Alter. Okay. Jetzt bin ich bei City. Easy. Later, Monsieur. Kann ich bitte die Ack haben? Danke. Auf, Junge. Das müssen wir holen. Da ist noch einer. Vorsicht, Vorsicht. Also, neun Kills noch. Aber ich prophezeie euch, ich werde mit genau einem fehlenden Kill aus dem Dreckspiel rausgehen. Mein Gott. Das ist... Nein, da muss die P90 ran, das ist klar. Anders geht's nicht. Einer weg. Later. Kommen noch sieben Kills. Ich geh jetzt mit der Empf auf A und schau. Noch sechs Kills. Ja, Mist. Noch vier Kills. Aber natürlich kommt der Affe da durch. Nach 98 in sechs. Ist nicht leicht, ne? Ist nicht leicht. Ja, ja. Und jetzt pass auf, wenn die Tees die Runde auch noch holen, ich glaube, dann ist es jetzt sogar schon bald vorbei. Guckst dir an, was hier getrieben wird für einen Schabernack. Die wichteln doch schon wieder ohne Ende. Aufholt einfach die Runde jetzt, bitte. Nice. Nur noch einer. Na, also. Und jetzt kommt der Punkt, an den du dir denkst. Vier Kills. Ist ja total easy. Das geht ja gar nicht. Das wird es nicht schaffen. Abwarten. Die Operation hält für solche Momente immer Wahnwitziges bereit. Ich hab dann schon so Sachen gehabt, wie dass meine Mates dann anfangen mich halt komplett zu naden ständig und zu smoken, zu flashen. Wisst ihr, dass ich nichts machen kann? Einer Mitte weg. Das wart ihr, oder was? Oh mein Gott. Dann trifft er mich durch dieses Scheißholz. So, zwei sind durch. Da ist aber noch einer hier links. Findet ihr nicht. Keine Ahnung. Ist der tot, hä? Ah, da ist er. Da ist er. Was ist los? Ah! Guck, wie sie da stehen. Weißt du, ah, ist volle Baranen, sie. Und guck mal da, jetzt hab ich sogar zufällig die 4 von 5 auch voll. Pass auf, neue Prophezeiung. Ich werde genau mit 29 von 30 oder 28 von 30 und 4 von 5 aus dem Scheißspiel rausgehen. Matchpoint. Matchpoint. Es ist immer, es ist immer derselbe Dreck. Und jetzt fliegt mich einer so absolut insane weg und das war's. Warum smockt ihr da hin? Warum? Was ist das? Nur noch 4 Feinde. Hey, hey, hey. Warte, warte, ich will auch noch einen. Guck sie an, kein Gegner gesehen. Kein Kill. Sodele. In der Runde niemanden gesehen. Ich geh jetzt mit runter und hoff auf einen AWP-Kill, dann hab ich die 5 voll. Wenn das nicht klappt, dann schaff ich's halt nicht. Sodele Scheiß. Okay, eine letzte Runde haben sie mir noch geschenkt. Man kann es noch machen. Ich hab nur überhaupt keine Ahnung wie. Ich zieh halt dieses Pech absolut an. Ich geh jetzt auf Long und hoff, hoffe, dass da kein AWP-Profi um die Ecke kommt. Einfach normale Casual-Spieler, die müssen doch richtig nach vorne schießen können. Danke. Wenn ich jetzt einen Kill hab ich's geschafft. Einen einzigen. Die gehen jetzt nicht im Ernst. A. Die gehen tatsächlich A. Es ist kein AWP. Scheiß hier gleich irgendwo hin. Ein einziger AWP-Kill und es ist geschafft. Nein, er klaut mir nur noch einen Gegner. Wo ist der? Oh Gott, letzter unten, Mitte. Ja! Mit der Nade hab ich ihn gepimmelt. Oh Gott, was ist das denn? Ist das schön. Ach Gott, ich kann's nicht beschreiben. Ich kann nicht beschreiben, wie schön das ist. Weißt du, jetzt ist es so... Na also, es geht doch. Wunderschön. Alles andere ist mehr kackegal, Alter. Am Ende des Spiels. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so glücklich. Immerhin eine Aufgabe erledigt. Not so good, but we did it. Vielen Dank fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Macht's gut und bis zum nächsten Livestream oder Video. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe. Geht um an, bei dir. Ausatmen